You must destroy that Hell Tower. It's the only way to stop them. Musik wäre auch so ganz allein und ohne Musik. Ich mach noch kurz zu sauer. Richtig geil. Tatsächlich. Felix. Schnecken. Lass dir die Fische sind tot. Und das wo liegen mag. Auch wir sind unter Wasser. Ist ja auch nicht schlecht. Was? Was ist das? 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 Oder ist er? Ja. Ja du auch. Komm jetzt machen wir das. Jetzt hört sich auch besser an. Du auch. Da rutscht da die Treppe runter. Da rutscht da die Treppe runter. Oh hier eine Puppe. Ich wollte es gerade sagen. Au. Was hast du denn? Das ist doch gut. Da oben sehe ich einen. Da oben sehe ich einen. Oh das ist ein Überlebender. Okay. Over here. Du musst uns die Tür öffnen. Die Kraft ist weg und die Kontrolle nicht funktionieren. Oh dieser High ist super. Bruno. Wie soll ich die Tür öffnen? Es sieht aus wie ein Backup-Generator auf der Oberfläche. Das sollte es tun. Backup-Generator auf der Oberfläche. Du steckst auf den Boden. Ich werde das tun. Oh das Becken in der Mitte sieht natürlich aus dem Boden. Sicherungskasten. Oh hier. Komm jetzt. Oh den habe ich gerade nicht gesehen. War sehr offensichtlich diesmal. Oh wir müssen suchen. Sicherungskasten. Ich befürchte Sicherungskasten ist oben. Oder unten. Die geht natürlich runter. Die kommen mal hoch. Hier kommen alle runter. Vielleicht kommen wir zu dir. Er schafft das hier unten schon Das sind wir gut Das sind wir gut So wie wir uns landen werfen, oder? Äh, ja, na super Das ist ja Hilf mal unseren Freund da drüben Swap Vorsicht Na da da Ja, würde ich auch mal ausprobieren wollen Ja, bitte Danke, ich bin gerade erstmal hier hinten weggelaufen Aber ich bin nur im Kreis gelaufen Ich komm wieder Was hier war's denn? Nee, hab nichts gesehen Jetzt sprechen wir Oh, hier ist sie sicher Unterliegen nehmen Ja, drück mal auf den Knopf Wir kriegen eh Besuch vermutlich Mal rennt stark hier Excellent Now try the door controls Now try the door controls Halt doch mal rauf aufs Knöpfchen Alter, die kommen alle aus dem Fluss raus da Alter, die kommen alle aus dem Fluss raus da Hinter dir Oh no 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 Oh no Oh no See Oh no Oh no Sowie See There Ja, nur die Kugel Der Werfer ist ganz cool, muss ich sagen Was ist da bei dir? Ja Boah Die ganze Creeper Ja Muss man Moonroll Ja, ich auch Ich geh mal hoch Das ist ne gute Idee Ach Ach Ach, Munizontwerp Ich auch Ja, ich hab nur noch Pistole Ja 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 Ich laufe weg Wo soll ich denn hin Wo ist denn der alte Schattendämon Ja Ja Raun Ja 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 Jo Gibt es denn Medikits? Ja, sehr gut. So, ich kann noch mal meine Waffe bearbeiten. Jo, sehr gut. Und ich kann meine Pistole noch mal bearbeiten. Ich zeig da mir Munition angeblich voll. Tatsächlich, jetzt habe ich Müll. Sehr gut. Oh, hier haben sie besser gepokert. Na, Kampf. Probier ich jetzt mal aus hier. Safe Zone. Hier, die Pfeile zeigen zu diesem Ritual, wo ein Fuß liegt. Das ist der Tisch, mit dem man interagiert, wenn man hier liegt? Das weiß ich nicht. Soll ich mal machen, aber dann sehen sie unsere verehrten Freunde da nicht, wenn ich hier interagiere. Ja, guck dir das an. Ja. Siehst du mich? Ja, sehe ich. Oh, Torsama, soll ich mal interagieren? Kannst du? Ja, interagieren. Ach so, nee. Geht nur an den Tisch. Ja, ja. Alles klar. Das Supply Crate might be useful. Oh, hat sich beide geholt. Hast du geschossen? Nein, du hast geschossen. Oh, schon einer. Ach, da ist ja der Fällensturm. Oh. Wieder unseren Commander hier. Ja, der sieht ein bisschen anders aus diesmal, ne? Das ist der immer so angeben muss, ne? Ja, ganz schön zackig ist der draußen. Aber sieht nicht mehr so gewinnig aus. Nicht wirklich. Oh, ich muss nachladen. Hast du? Ich hab einen. Einen hatte ich auch schon. Da ist noch einer. Hab ich? Hab ich auch? Noch einen. Ja. Oh, dieser Tütenbruch. Hinter dir ist noch ein Giant. Der andere steht hier aber wieder auf. Der da unten. Musst du dir ins Herz schießen bei ihm. Schadplätze. Hab ich. Ich bin mal hier hinten in der Höhle drin. Und sehe alle Schmuck. Oh, Kunt. Okay, drei Sniper sind ausgeschaltet. Ich hoffe es sind hier noch mehr. Noch ein Sniper. Ja, ich bin vor allem nicht der letzten gewesen, sondern noch zwei. Oh, den hab ich erstmal sein. Sniper hat mich gezweißt. You picked the wrong fight. You picked the wrong fight. Sniper hat mich. You're almost at the planetarium, climb up and out of the polar bear pit, and you're there. The red? Oh, das ist für dich. Oh, das ist für dich. Was bleibt denn da ab? Wie war das ungeziefer? Das ungeziefer. Wir haben Raum. Ich befürchte, wir müssen bestimmt auch immer mal in die andere Welt. Was meinst du damit in die andere Welt? Er hat doch gerade gesagt, er ist in eine andere Welt. Ich befürchte, da werden wir auch mal hin müssen. Wo können wir da überhaupt hin? Ob wir da hin wollen, glaube ich, nicht der Arme, nicht die Rose, die Chance. Wir müssen da irgendwann hin. Schrein aktivieren. Ich habe den Schrein mal aktiviert. Ich bin kein Auge. Ich bin kein Auge. Ich bin kein Auge. Brenner? Achso, ja, eh nicht. Ich mach mal den... ... zu... ... den du da aktiviert hast. Was ist das hier für? Ein schöner Schrein. Ein Dokument. Aber auch. Ja, alle. So, wie besiegen wir dann diesmal den Höllensturm? Ah ja. Ja, mit C4 würde ich das machen. Mit C4, ja. C4 und eine Menge Zombies. Sprengladung deponieren. Äh, achso. Das ist gleich um der Ecke hier. Aber natürlich kommen wir nicht von hier dran. Wir müssen ja einmal rumlaufen. Ne, wäre ja auch zu einfach. Ja. Ja. Die haben schon länger kein Tageslicht mehr gesehen, so wie die aussehen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich vermute mal auf die andere Seite, um es zu viel dahin zu legen. Weil hier hochspringen kann ich nicht. Ich weiß noch nicht, wo es hoch geht. Muss noch mal gucken. Ja. Ja. Naja, das sieht gut aus. Ja, genau. Oh, da hat man nur eine Pissbole. Achso, ich muss hier hinten auf die andere Seite hin. Gut, dass ich wieder runtergesprungen bin. ... ... ... ... Kommst du klar oder sag ich erstmal zu dir mitkommen? Ne, ich bin dran. ... 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 Also, mit alles voller Giants meine nicht mit alles voller Giants. Vielleicht können wir uns so ein Tick hier näher kommen lassen. Auf die.... ... ... 뒤에 aufs Fass schießen. können Destroyed and get out of there. Quickly before the charge is demolished. Zombiehaut überstehen. Oh! Muss nur die dicken ausschalten. Boah! Oh! Oh! Zeig dich, Herr Grenadier! Danke! Scheiße! Nicht erwisch! Wir müssen mal gleich hier hinterfliegen. Aufholung! Wow! Ich muss runter, ich muss runter. Was ist denn der Grenadier? Oh! Oh! Ja, ich muss weglaufen. Ich hätte es wieder aufgereiht. Oh, verdammt. Ja, das ist eine ganz schlechte Idee, weil da kriege ich dich nicht. Ich habe mich wieder gedreht. Oh, sehr gut. Ähm. Oh, noch mal mehr. Ganz gut, eigentlich. Ganz gut, eigentlich. Ganz gut, eigentlich. Was macht der Dicke? Ja, der Dicke. Ist der schon weg? Ich weiß nicht. Moment, schieß er nicht. Hier ist er. Ja, nein. Ich weiß nicht. Auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das müssen wir jetzt machen. Wir schleichen bestimmt noch ein paar Zombies um. Wir müssen die Zombiehauten überstehen. Wahnsinn bestimmt irgendwo. Ja, da habe ich einen gehört. Da hinten. Ah, hier müssen wir hin, wo ich bin. Ein paar schöne Gebäude. Ich lass es dir. Oh, da sind doch viele Leben, ne? Oh. Kommt immer mehr. Da sitzt doch jemand auf deinem Tor. Richtig. So, das war Zombiesu. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Euren heiß geliebten Neon Rue Monkeys. Macht's gut. Bis denne. Ciao. Ciao. Ciao.